Ja, ich bin die Gabriela Lehr und bin Sängerin. Ich habe zuerst ein Studium für Elementare Musikpädagogik absolviert und zurzeit vertiefe ich noch mal mein Studium in der Gesangspädagogik. Mein Name ist Marisa Agari und ich bin in der Studienabteilung mit dem Hauptfach Komposition und dem Zweitfach Violoncello. Als ich von Brasilien zurückkam, das ist mein zweites Heimatland, kam ich wieder zurück nach Frankfurt und habe dann das Dr. Hoß-Konservatorium kennengelernt und ich habe sehr schnell gemerkt, dass es hier eine sehr familiäre Atmosphäre gibt. Es ist nicht so groß wie an einer Hochschule. Man hat dann wirklich einen besseren Kontakt zu den Dozenten. Das ist etwas, was mir jetzt sehr wichtig war, dass ich eine sehr individuelle Betreuung habe, weil für mich als Künstler und als Pädagoge es einfach wichtig ist, dass ich da meinen Weg finde und genau, das hat sich hier sehr schnell gefunden und so ergeben. Durch das Pre-College konnte ich schon einen guten Einblick in den Alltag des Konservatoriums erhalten. Für mich hat das Konservatorium einfach am besten gepasst und es hat sehr vielfältige Angebote und ist vor allem auch sehr sympathisch. Auch meine Aufnahmeprüfung war bereits unter Corona-Bedingungen und daher waren die Prüfungen natürlich ein bisschen verteilt, nicht so gesammelt wie in normalen Aufnahmeprüfungsverfahren. Aber es hat alles eigentlich gut funktioniert. Man hat eben seine Termine bekommen im Vorfeld und hat die Anforderungen frühzeitig erhalten. Man muss sich darauf dann noch vorbereiten, was durch das Pre-College auch gut gelingt und dann gibt es eigentlich nur noch die Prüfung. Ich war zuerst an der ARNE-Abteilung angemeldet. Also da konnte ich ein bisschen durch die Fächer gehen und mir den Theorieunterricht anschauen und hatte dann, genau, als ich mich für ein Studium, für ein Gesangsstudium entschlossen hatte, hatte ich dann auch intensiv Gesangsunterricht und innerhalb des Unterrichtes habe ich mir ein Repertoire aufgebaut, ein Programm für die Aufnahmeprüfung. Genau und so war dann eigentlich die Vorbereitung sehr fließend und man hat sich schon sehr wohl im Konservatorium gefühlt und war dann eigentlich auch gut vorbereitet. Ich habe auch für Violoncello eine Aufnahmeprüfung gemacht. Das fand im großen Saal statt mit einer Klavierbegleitung auch hier vom Haus. Mit der habe ich mich vorher noch verabredet gehabt, um die Stücke ein bisschen einzuüben und dann vorzutragen. Momentan, also Hauptfach, Gesangsunterricht, dann Fachmethodik, wo wir uns nochmal in die Pädagogik von das Gesangsvertiefen und Kammermusik und Chorepetition, was für mich jetzt sehr wichtig war, dass es auch wirklich einen praktischen Teil gibt und genau, wo man auch wirklich das Musizieren erlebt und sich intensiv mit Stücke musikalisch auseinandersetzt und sozusagen seinen eigenen Ausdruck findet in der Musik und dann immer in der Absprache mit der Chorepetitorin, wie das Zusammenspielen ist mit dem Klavier und dem Gesang und dass dann auch wirklich so eine Art Ensemble-Gefühl sich langsam entsteht und nicht nur, das sage ich, alleine als Sänger, aber genau, dass man wirklich lernt, was Kammermusik ist und was dann halt auch wichtig ist für die Bühne und das übertragen dann auf Konzerte. Ja. Ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich, da man ja so einen guten Kontakt hat auch zu Kollegen und ich hoffe jetzt bald mehr wieder, findet man sich mal im Studentenraum, kann man sagen und ja, man sagt ja, ich habe hier ein Stück, möchtest du das begleiten oder möchtest du mit mir, dass du dieses Duett singen oder es kommt auch von Dozenten natürlich, es sind einige Projekte, die hier angeboten werden und Konzerte und wo, genau, wo wir dann teilnehmen. Das Schöne ist ja auch, man hat einen guten Kontakt zu den anderen Abteilungen, mal entsteht ein Projekt zwischen, genau, zwischen der Gesangsabteilung und die Abteilung für alte Musik und genau, da entstehen ganz schöne Konzerte oder mit der elementaren Musikpädagogik, was dann die Kinderkonzerte angeht. Also es gibt wirklich reichlich Möglichkeiten, hier künstlerisch und musikalisch tätig zu sein. Ja, das ist der große Saal, da kann man sehr viele schöne Konzerte entwickeln und aufführen und der Klang ist einfach wunderschön dort. Ich würde sagen, es gibt viele Lieblingsorte für mich im Konservatorium. Im Sommer ist es natürlich auch schön, dass der Main so in der Nähe ist und dass man in der Freistunde einerseits sehr zentral ist, ständig in der Innenstadt ist, aber auch eben ein bisschen Ruhe am Main hat. Und sonst, der Balkon ist auch immer ganz nett, um ein bisschen Frischluft zu tanken. Also man ist ja sehr viel hier im Haus. Es ist ja fast so wie ein zweites Zuhause. Künstler, Musiker zu sein bedeutet, seinen Beruf zu leben und das fängt, glaube ich, auch hier schon im Studium an. Man ist immer im Austausch mit anderen Musikern, mit den Dozenten, mit den Kollegen, mit anderen Instrumenten und Sängern. Dass ich das jetzt schon so erleben kann, dass es so einen natürlichen Weg hat und dass man Stück für Stück sozusagen seinen persönlichen Weg da findet, das war für mich jetzt sehr, sehr wichtig. Und ich bin richtig froh, dass ich hier im Haus bin und weil ich weiß dann auch, dass, wenn ich das jetzt so erlebe, dann auch wirklich Freude an meinem Beruf habe. Genau. Und das ist, was mich hierher gebracht hat und darum bin ich auch gerade noch hier. Ja.